Faszination Israel Jesus als den Messias glauben und dieser Jude, er war jetzt erst kürzlich auf einer Deutschlandreise und ich bin sehr gespannt, wie er diesen ganzen Krieg wahrnimmt hier in Israel. Bleiben Sie dran. Hier auf dem höchsten Punkt des Karmelgebirges hat eine Kirche seit 1998 ihr Zuhause. Die Kehilat HaKarmel. Colin Mitchell ist in London in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Seit 2009 lebt er mit seiner Familie hier im Norden Israels. Er ist einer der Pastoren bei Kehilat HaKarmel und ist als Sprecher und Bibellehrer in Israel als auch international unterwegs. Colin, schön, dass Sie in unserer Sendung sind. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind hier bei Kehilat HaKarmel. Danke, dass Sie hier sind. Sie sind gerade erst aus Deutschland zurückgekommen und waren aus verschiedenen Gründen dort. Möchten Sie uns was dazu sagen? Ja, in Deutschland zu sprechen, war noch vor dem Krieg organisiert worden. Ehrlich gesagt ging ich nicht mehr davon aus, meine Termine dort einhalten zu können. Als dann der Krieg begann, realisierten meine Frau Helen und ich, dass unseren Adoptivkindern Jakob und Hannah die Sirenen und die Raketenangriffe sehr zu schaffen machten. Unser ältester Sohn leidet ein wenig an Autismus und so etwas stresst ihn sehr. Uns wurde klar, dass wir ihn für eine Zeit von hier wegbringen mussten. So buchten wir einen Flug nach London. Meine Frau meinte, ich solle die Kinder unbedingt begleiten. Also ging ich mit ihnen und dadurch kam ich dann auch nach Deutschland. Wo waren Sie am 7. Oktober? Am 7. Oktober kamen wir gerade zurück von einem Kurzurlaub auf Zypern. Wir landeten morgens um 7 Uhr. In Tel Aviv, am Ben-Gurion-Flughafen? Ja, gerade eine halbe Stunde nach Kriegsausbruch. Die Sirenen versetzten uns einen Schock. Es waren Raketen am Himmel, die von Iron Dome über uns abgeschossen wurden. Unsere Kinder hatten furchtbare Angst. In der Ferne sahen wir Feuer und Rauch. Es war ein sehr beängstigender Moment. Wir blieben dann für eine Woche im Land, bevor ich mit meiner Frau und den Kindern nach England flog, wo sie zur Stunde immer noch sind. Erst heute haben wir darüber gesprochen, wann sie zurückkommen würden. In der Zwischenzeit war ich in Deutschland und es war überwältigend, so viele Christen zu sehen, die für uns beten und zu uns stehen. Das war sehr bewegend. Am meisten hat mich berührt, als deutsche Kinder Kerzen angezündet und für die über 30 Kinder gebetet haben. Sie sind jüdisch und leben seit vielen Jahren hier im Land. Ursprünglich kommen sie aus England. Wie ist es für die Menschen hier in Israel, mit so einer furchtbaren Tragödie konfrontiert zu sein? Ganz ehrlich, die erste Reaktion war ein großer Schock und tiefe Verzweiflung. Nicht nur der Verlust von Menschenleben, sondern auch die Art und Weise, wie sie ermordet wurden. Es ist einfach unaussprechlich, was die Hamas verbrochen hat. Das alles ist gut dokumentiert, aber es dauert nicht lange und die Medien haben es schon wieder vergessen. Wir aber können das nicht vergessen. Das Ganze war so schockierend. Wir konnten vielleicht schlafen, aber nicht zur Ruhe kommen. Es ist ein nationales Trauma, so verheerend. Es wird nach meiner Ansicht mindestens eine Generation dauern, bis das überwunden ist. Der schlimmste Massenmord am jüdischen Volk. Frauen, Säuglinge, Kinder. In Deutschland hat man sicherlich von der jungen Frau Shani Luke gehört. Eine deutsche Jüdin, die von der Hamas auf einer Party ermordet wurde. Ihre Leiche wurde auf einem Jeep durch Gaza gefahren, während die Hamas Süßigkeiten an Kinder verteilte. All das hat hier im Land zu einer Entschlossenheit geführt, die Hamas endgültig zu beseitigen. Wir beklagen jeden Verlust unschuldigen Lebens unter den Palästinensern. Und ja, wir beten auch für sie. Unsere Kirche besteht aus Juden und Arabern, die sich gegenseitig respektieren. Es gibt hier keinen Hass und wir feiern nicht den Tod des anderen. Aber ich denke, das Beste für die unschuldigen Menschen in Gaza und für Israel ist die Beseitigung der Hamas. Das würde Freiheit für beide Seiten bedeuten. Sie haben ihre Kirche erwähnt, zu der auch Araber gehören und die sich in einem Drusendorf befindet. Wie klappt das, als jüdische Christen in so einer Nachbarschaft zu leben? Jüdischer Christ, ist das der richtige Ausdruck? Nun, wir nennen uns messianische Juden. Ein Jude, der an Jesus glaubt, der ihn als den Messias anerkennt. Ich bin vor über 40 Jahren in London zum Glauben gekommen. Heute gibt es in Israel eine Bewegung, wo Juden als auch Araber zum Glauben an Jesus kommen. Diese Bewegung wächst stetig und in der aktuellen Situation wird sie weiter wachsen. Wir befinden uns hier in einem Drusendorf. Die Drusen sind dem Staat Israel gegenüber sehr loyal und kämpfen sogar in der israelischen Armee. Nicht weit von hier gibt es einen Soldatenfriedhof für Drusen, die im Kampf für Israel gefallen sind. Und jedes Jahr am Yom HaTzikaron, einem israelischen Gedenktag, findet dort eine Zeremonie statt. Israelische Regierungsvertreter nehmen daran teil und wir tun das auch. Im Namen unserer Kirche legen wir Kränze nieder zum Gedenken der Opfer der Drusensoldaten. Außerdem haben meine Frau und ich mit unseren Kindern neun Jahre lang im Dorf gelebt. Daher kennen wir viele Leute hier sehr gut und haben gute Beziehungen. Ihre Kirche sucht also Beziehungen zu Arabern wie zu anderen Menschen auch? Und Sie persönlich haben Adoptivkinder, die teils arabisch sind? Ja, unsere adoptierten Kinder sind sowohl arabisch als auch jüdisch. Sie tragen damit eine zweifache Identität. Ich sage immer, ich kann nicht nur die eine Hälfte meines Kindes lieben, sondern ich liebe sie natürlich ganz. In unserer Kirche sind sie bereits zu einer Art Symbol für die Einheit von Juden und Arabern geworden. Man könnte also sagen, Ihre Kirche respektiert Araber? Ja, absolut. Wir pflegen gute Beziehungen zwischen Juden und Arabern. Tatsächlich glaube ich, die beste Lösung im Nahen Osten wäre, wenn Juden und Araber zum Glauben an denselben Herrn kommen. Dann lieben wir ihn und achten einander. Sie erwähnten, die Hamas müsse beseitigt werden. Derzeit werden Stimmen nach einem Waffenstillstand laut. Was halten Sie davon? Wenn ein Waffenstillstand als Sieg der Hamas angesehen würde, sollte es keinen geben. Natürlich ist mir das Argument humanitärer Hilfe für Gaza bewusst. Und erst heute sind 100 Lkw mit Hilfslieferungen dort angekommen. Aber wissen Sie, wenn zum Beispiel Treibstoff für Krankenhäuser geliefert werden soll, dann ärgert uns das gewaltig. Denn die Hamas hat offensichtlich genügend Treibstoff, um Raketen auf uns abzufeuern. Selbst die UNO hat einräumen müssen, dass die Hamas Lebensmittel und Wasser stiehlt. Nur wenig kommt davon überhaupt bei der Bevölkerung an, sondern landet bei Hamas-Terroristen. Während also die Beseitigung der Hamas furchtbar klingt, muss man sich fragen, wie soll man mit Leuten über Frieden verhandeln, deren einziges Ziel die Vernichtung des jüdischen Volkes ist? Sie sprechen von der Charta der Hamas, in der das Ziel formuliert wird, alle Juden zu ermorden. Ja, genau. Und wer bisher nicht geglaubt hat, was in dieser Charta steht, sollte das nach dem Abschlachten von Babys, Frauen und unschuldigen jungen Menschen sehr ernst nehmen. Zurück zu Ihrer Person, Colin. Sie sind Mitglied dieser Kirche, der Sie sehr verbunden sind. Dennoch sind Sie freiberuflich tätig. Was genau ist Ihr Job? Ich kümmere mich um meine Kinder, bin aber auch in der Kirchenleitung aktiv. Ich leite viele der Gebetsversammlungen hier, wo wir zum Beispiel auch für die Terroristen beten. Denn Jesus selbst hat gesagt, liebt eure Feinde. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Zusätzlich berate ich junge Männer, sowohl Juden als auch Araber. Wir haben viele junge Menschen hier, die ich als meine geistlichen Söhne und Töchter betrachte. Ich verbringe also viel Zeit mit Beratung und Betreuung. Und arbeite vor allem im Bereich Gebet in der Kirche mit. Ich habe noch eine junge Familie. Jakob ist neun und Hannah ist sieben. Benimmt sich zwar wie ein Teenager, aber sie ist sieben. So bin ich immer beschäftigt und dann spreche ich manchmal auch international. Lassen Sie uns über die Situation in Israel sprechen. Wir haben viele Menschen gesehen, die Flüchtlinge in ihrem eigenen Land sind. Menschen in der Nähe zu Gaza wurden evakuiert und viele von ihnen leben wochenlang in Hotels. Was macht das mit den Menschen? Ich denke, Israel hat eine Kultur des Lebens. Das religiöse Judentum, was auch immer man daran kritisieren mag, repräsentiert eine Kultur des Lebens. Und über unsere Feinde muss ich leider sagen, sie offenbaren eine Kultur des Todes. Zwischen uns gibt es also einen großen Unterschied. Auch schon vor diesem Krieg haben wir arabische Kinder mit schweren Krankheiten in Israel behandelt. Während des furchtbaren syrischen Bürgerkrieges haben wir in unseren Krankenhäusern im Norden syrische verwundete Zivilisten behandelt. Sie sind oft mit einem Schock in Israel aufgewacht, weil ihnen immer gesagt wurde, Israel sei der Erzfeind. Und dann erlebten sie, dass Israelis sie besser behandeln als ihre eigene Regierung. So haben wir schon immer gehandelt, wir haben geholfen, wem auch immer. Eines der traurigsten Dinge, die ich im Moment sehe, sind die Ukrainer, von denen wir Zehntausende aufgenommen haben. Übrigens auch rund 10.000 Russen, die als Flüchtlinge hierher gekommen sind, von denen nicht alle Juden sind. Und jetzt, nachdem sie vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, finden sie sich hier wieder in einem Krieg. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung für sie, aber auch für uns. Viele Christen in Deutschland sehen unsere Filme. Was wäre Ihre Botschaft an die deutschen Christen? Zunächst möchte ich sagen, vielen Dank. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre wohlwollende Unterstützung. Als ich in Deutschland war, hat mich das sehr berührt. Wir wissen alle, Hilfe in dieser schrecklichen Zeit sehr zu schätzen. Aber ich bitte Sie auch, hören Sie nicht auf zu beten. Gebet hilft. Ich habe in Deutschland darüber gesprochen, wie wir für solch eine Situation beten können. Denn oft wissen die Leute nicht so recht, wie sie beten sollen. Es ist immer gut, mit der Bibel zu beten und das Wort Gottes zu proklamieren, über Israel, über Gaza, über die arabischen Nationen, über den Iran. Ja, wir beten auch für den Iran. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Es ist aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, ein Beistand in Nöten, reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht. Das beten wir nicht nur, wir singen es auch. Unsere Kinder singen das im Auto auf Hebräisch. Es geht etwa so. Eloheinu lanu machaseh vaos. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Ich möchte Sie in Deutschland ermutigen, bleiben Sie im Gebet und zitieren Sie dabei das Wort Gottes. Beten Sie für den Frieden Jerusalems. Beten Sie, dass Juden und Araber zum Glauben kommen. Denn dann werden Sie ihn und einander lieben. Und das führt zu wahrem Frieden. Wie ist das für die Menschen hier in Israel? Ich meine, dass fast wöchentlich Raketen aus Gaza abgefeuert werden, ist ja nichts Neues. Und man hat sich an die Schutzbunker gewöhnt. Wie geht es Ihnen dabei? Haben Sie einen Schutzraum in Ihrem Haus? Ja, das haben wir. Es ist das Kinderzimmer unserer siebenjährigen Tochter mit einer massiven Sicherheitstür. Und sie ist ziemlich glücklich darüber, dass ihr Zimmer der Schutzraum ist. Wir sind also daran gewöhnt. Sicherheit ist Teil unseres Lebens, egal ob im Supermarkt oder im Einkaufszentrum. Trotzdem sind die Leute schockiert, wenn dann etwas passiert. Aber inzwischen hat sich im Volk eine Entschlossenheit entwickelt, dies gemeinsam als Nation durchzustehen. Nicht mit Hass, aber wir müssen damit fertig werden. Ich denke, es wird viel Hilfe brauchen, das Trauma zu überwinden. Ich habe gestern mit einem Taxifahrer gesprochen. Er meinte, es ist wirklich schwer, vor allem mit kleinen Kindern. Gerade haben sie die Schulen wieder geöffnet. Aber das kann sich mit jedem Tag ändern. Manchmal kommt es zu einem Fehlalarm. Die Hisbollah im Libanon würde Raketen abfeuern. Und wenn die Sirenen losgehen, werden die Schulen sofort geschlossen. Alle machen sich dann auf den Weg, ihre Kinder wieder abzuholen. Ich glaube, niemand im Westen würde so leben wollen. Und ich muss sagen, wir wollen so auch nicht leben. Denken Sie, es wird eines Tages Frieden geben? Wenn man sich die Abraham-Abkommen mit manchen Nachbarstaaten anschaut. Denken Sie, Frieden ist möglich? Nun, es zeigt, was möglich ist. Aber es bleibt die Frage, ob in den Ländern, die das Abraham-Abkommen unterzeichnet haben, die Bevölkerung genauso denkt wie ihre Regierungen. Wir haben seit Jahren Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien. Trotzdem sind uns die Menschen in diesen Ländern nicht gerade wohlgesonnen. Politischer Frieden ist also keine Lösung. Und ich glaube, dieses Problem hat eine spirituelle Dynamik. Bei allem Respekt für die Politiker, sie werden unsere Probleme nicht lösen können. Aber es gibt Hoffnung und wir müssen weiter für den Frieden beten. Eine terroristische Organisation, die sich der Zerstörung Israels verschworen hat. Und da bin ich wieder bei meinem Besuch in Deutschland. Denn ein sehr besonderes Erlebnis für mich war, das Zeppelin-Feld in Nürnberg zu besuchen. Der Ort, an dem Hitler Kundgebungen abhielt und das Volk in Aufruhr versetzte. Hitler ist Geschichte und die Nazis sind weg. Deutschland ist heute ein besseres Land, trotz der vielen Probleme. Es ist ein besserer Ort ohne Hitler und die Nazis. Und bei allem Respekt, Gaza wird ein besserer Ort sein ohne die Hamas. Sie kommen aus England, ich aus Deutschland. Und zurzeit sind die Unterstützer der Hamas auf unseren Straßen zu sehen. In Berlin, London und vielen anderen Städten. Wie denken Sie darüber? Nun, zunächst muss man sagen, in England ist es schlimmer als in Deutschland. Und ich liebe England. Der sichtbare Beweis ist mein T-Shirt als Liverpool-Fan. Seit die einen deutschen Trainer haben? Ja, wir haben einen deutschen Trainer, Jürgen Klopp. Das hilft natürlich. Aber schauen Sie, in England gibt es eine Menge Islamisten. Radikale Muslime, die die Hamas unterstützen. Die Zahl der islamistischen Anschläge in Großbritannien und auch Europa beweisen das. Und mit einer wachsenden Zahl von Muslimen, die zu uns und nach Europa kommen, steigt diese Zahl weiter an. Den christlichen Kirchen möchte ich sagen, versucht Muslime mit Liebe zu erreichen. Denn Hass brauchen wir nicht. Und der Hass ist real. In England wurden auf einigen dieser Protestmärsche etliche Teilnehmer festgenommen, weil sie dschihadistische Äußerungen von sich gegeben haben. Erst gestern warf ein palästinensischer Aktivist hunderte von lebenden Mäusen in ein McDonalds-Restaurant in Birmingham, die mit palästinensischen Farben bemalt waren. Dass sie damit Zustimmung finden, glaube ich kaum. Aber es zeigt, was in England passiert. Und mir ist bewusst, auch Deutschland ist davon betroffen. Ich glaube jedoch, dass die Unterstützung und die Gebete der Kirche stärker sind. Uns allen stehen schwierige Tage bevor. Und ja, wir beten auch für Deutschland. Ich freue mich zu hören, dass es Ihnen in Deutschland gefallen hat. Danke für Ihre Zeit. Es war gut, Sie hier sprechen zu können. Wir hoffen, dass Ihre Familie bald wieder zurückkommen kann und dass sich alles zum Guten wendet. Vielen Dank. Der Plan ist, dass Sie bald zurückkommen. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, wie Sie es eben von Colin Mitchell gehört haben, Ich glaube, es ist ein Aufruf an alle Christen weltweit, aber auch an die Christenheit in Deutschland, in diesem Konflikt, in diesem Krieg, in dem Israel im Moment steckt, mit einzusteigen im Gebet und auch mit ganz konkreter Hilfe. Wir wollen diesen Aufruf ernst nehmen, wollen an der Seite Israels stehen, so gut wir können. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich grüße Sie herzlich mit einem Schalom aus Haifa. Ich grüße Sie mit einem Schalom aus Haifa. Ich grüße Sie mit einem Schalom aus Haifa.